Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Singleton. Das Singleton löst das Problem, wie kann ich genau eine Instanz von meiner Klasse haben und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wie kann ich exakt dafür sorgen, dass es genau dieses eine Objekt, äh diese eine Instanz gibt und ja, dass ich eben dann mit der was machen kann, damit auch wirklich alle alles gleich haben. Also sozusagen Static Class ohne Static. Falls ihr Static hoffentlich kennt. Okay, genau dazu ist das ganze Ding da und zwar man kann das Ding auf zwei Arten und Weisen im Endeffekt lösen. Erstens mal, man könnte natürlich diese Instanz hier einfach auf Static setzen, dann wäre das Ganze auch gelöst. Das zweite ist diese Lösung hier und zwar man schreibt sich einfach ein Singleton, Klasse Singleton. Man hat eine Private Instanz davon, also man hält sich quasi selbst als Objekt, aber Achtung, davon kann es nur eins geben hier. Und ja, im Endeffekt hat man dann hier einen Private Constructor, das ist der einzige Sinn von einem Private Constructor, den ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, gesehen habe. Ähm, oder? Dann weiß ich nicht genau. Okay, egal. Und dann hat man hier eine Public Methode, die Achtung, die muss dann Static sein. Ja, also entweder muss die Instanz Static sein oder man schreibt dieses GetInstance hier auf Static. Und ja, im Endeffekt ist das hier die bessere Lösung, denn es benutzt die sogenannte Lazy Instantiation. Was bedeutet das, ähm, naja, im Endeffekt, wenn wir hier, also wir müssen nicht direkt am Anfang, wenn dieses Singleton erstellt wird, eine Instanz erstellen, sondern erst später, wenn es tatsächlich auch benutzt wird, erstellen wir diese Instanz hier. Und zwar dieses, dieses GetInstance hier, was macht es? Naja, wenn die Instanz nicht gesetzt ist, also null ist, dann geben wir eine neue Instanz zurück oder erstellen wir eine neue Instanz und geben die dann zurück. Ansonsten geben wir einfach nur die Instanz zurück. Und das ist auch tatsächlich schon alles, was das Singleton muss und alles, was es überhaupt, ja, kann. Also, man kann es natürlich noch erweitern, logischerweise, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Aber, warum ist das ganze Ding cool? Das ist zum Beispiel benutzt bei Abstract Factories oder bei Buildern oder bei Prototypes, können tatsächlich Singletons sein. Denn man braucht natürlich nur eine Instanz von so einer Abstract Factory oder von einem Builder oder von einem Prototype. Man braucht keine 100 verschiedenen Instanzen, aber sie müssen es nicht sein. Fassaden, also die werden wir uns noch genauer angucken, die kennt ihr noch nicht. Und State Objects sind auch öfters mal Singletons. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool, weil da kann man dann sozusagen sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Factory und es gibt nur genau diese eine und die erstellt mir meine Objekte und da kann mir auch niemand was dran ändern. Aber wie gesagt, Factories müssen nicht Singletons sein. Also, das hier, dieses Entwurfsmuster wird eigentlich immer noch mit irgendwas anderem kombiniert, denn ansonsten macht ja so ein Ding eigentlich recht wenig Sinn. Aber wenn ihr sozusagen eine Static-Klasse haben wollt, ohne sie Static zu machen, dann habt ihr einen Singleton. Gut, das war's von meiner Seite. Achso, noch kleine Anmerkung. Viele meinen, dass das Singleton irgendwie schlechter Stil oder sowas ist. Also benutzt es vielleicht nicht unbedingt so massig und nicht in jeder Klasse, aber ich weiß nicht genau, warum es immer als schlechter Stil von manchen bezeichnet wird. Denn im Endeffekt, ja, wenn man es nicht überall benutzt, dann ist es trotzdem ein sinnvolles Entwurfsmuster und kann auch durchaus mal den ganzen Code ein bisschen erleichtern. Gut, das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.